Wo warst du vorhin? Sascha, übertreibst nicht 33 Wo du warst? Europaplatz Eben warst noch in Rheinstädten und die Polizei hatte ich aber in Erzberger Straße aufgegriffen Ja, das sind Assis Wer? Die Polizisten Das ist dumm was du sagst Sascha, die haben dir vielleicht das Leben gerettet Nein Wer war denn dabei? Wer ist denn über den Zaun gestiegen von deinen Freunden? Ich nicht Der, der über den Zaun gestiegen ist jetzt im Krankenhaus, fehlt ein Finger Wem? Weiß es nicht wem? Ich weiß nicht Und als sie den Finger gesucht haben, weil der nämlich weg war, haben sie Sascha gefunden irgendwo in der Ecke Ich hab alle Hände Und dann wollte sie ihn in einer Ausnüchterungszelle stecken Ich hab alle Danke Das reicht jetzt denke ich Das zeig ich dir morgen und dann sagst du mir nochmal, du hast nichts getrunken Ich hab Ich hab viel Aber ich hab nicht Soweit getrunken, dass ich sag Dass du noch nochmal reden kannst oder was? Nimmst du das nochmal? Ja Mhm Weil ich alle Finger hab Mhm Ich hoffe, du hast was gelernt draus aus dem Tag, dass der Alkohol scheiße ist Auf jeden Fall Mhm Auf jeden Fall Mhm Deswegen geh ich jetzt ins Bett Mhm Dass du das Aber der Polizist hat das gesagt, dass er das glaubt, dass du schon vorher irgendwo in der Ecke gelegen bist, bevor das passiert ist Mhm Mhm Wieso hast du das dann nicht mitgekriegt? Weil ich nirgends in der Ecke gelegen bin Fällt dir auf, mit wem du immer unterwegs bist, wenn du betrunken bist? Ja Mhm Schön Mit denen, wo ich nicht Ein Name, vor allem, in erster Linie ein einziger Name fällt mir da ein Der Name, mit dem ich nicht in der Ecke lieg Na natürlich liegst du mit derer nicht zum Glück nimmer in der Ecke Mit der Alessia Ja Nein Aber natürlich mein Schatz Mit der Relikt Biäh Nein, als er darfst kotze gehen Ja, deswegen trinkst du so viel, damit du schön kotzen kannst Und das machst du immer, wenn du mit der Alessia unterwegs bist Ja ja ja, ok Stimmt tut mir leid Aber Alessia ist ne Schlampe St Es lagt grad gefilmt wird nicht ausfällig Sorry Sag noch irgendwie ein Ende zu deinem Film, dann mach ich aus, sag's vielleicht, ich weiß nicht Ich bin ein ganz, ein wirklich ganz Und was waren die Polizisten jetzt vorhin? Waren die blöd oder waren die in Ordnung? Die waren in Ordnung Aber nur, aber wirklich nur, weil ich nicht derjenige bin Der sich auf irgendwelche Scheiße einlässt Ja, wenn du, Mensch, der hat extra seinen Finger am Zaun hängen lassen Nein Ja, also und dem haben sie auch geholfen Ja, aber mir auch Andere Polizisten, ja, die haben dann die gerufen, damit sie dich reinbringen Ja